herzlich willkommen zu mutig anders unterwegs mein verrücktes handwerkerleben praxistipps von und mit walter stuber hallo erst wieder weiter stuber mit dem samstags podcast glaubenssätze ein lehrer der herr glück der hat da war ich ungefähr sieben jahre alt gesagt weiter du kannst nicht singen am besten du bewegst nur den mund dann habe ich gesagt ja dann wenn das so ist kann ich nicht singen und das habe ich dem geglaubt dass ich das nicht kann und dann habe ich mir immer gedacht das hat meine schwester geerbt die kann gut musikinstrumente spielen die kann gut singen und die hat es muss das geerbt haben weil mein vater war viele jahre im eibenswacher gesangverein dabei und meine schwester heidi ist heute schon über 80 und spielt immer noch gut instrumente also hat sie sicher die begabung geerbt und so habe ich viele glaubenssätze eingeimpft bekommen meine mutter hat mir zum beispiel gesagt weiter wenn jemand dir ein richtig gutes geschäft anbietet dann lass die finger davon weil der könnte ja das geld selber verdienen das gute geld und du bekommst gar nichts davon der legt dich nur aufs kreuz lass es bleiben also wenn ein richtig gutes geschäft dir jemand anbietet wo du geld verdienen kannst lass es bleiben auch so ein glaubenssatz kommt von meiner mutter wo ich 2020 da hat mein vater noch gelebt wo ich ihm erzählt habe dass ich das unternehmen hier in sachsen vom herrn gemeinhardt kaufen möchte von heinrich gemeinhardt die niederlassung hier in sachsen kaufen möchte mit mehreren gesellschaftern da hat er gesagt walter das kannst du nicht lass es das habe ich ihm nicht geglaubt das wusste ich dass ich das kann und habe nach ihm nein muss ich sagen glaubenssätze sind schaum dass die erkenntnis bekomme ich immer mehr wenn du was willst und du willst erfolgreich werden im leben oder du willst gut sprechen können oder du möchtest motorrad fahren können oder du möchtest lkw fahren können oder du möchtest den berg besteigen auch wenn du behindert bist dann lass dir helfen hol dir die leute die dir helfen nach vorne zu kommen und es gibt wirklich gute trainer die dir helfen mit dir auf dem berg aufzusteigen auch wenn du behindert bist und wenn du ein rollstuhlfahrer bist dann kannst du auch harley fahren in drei oder du kannst ein anderes motorrad fahren es muss nur entsprechend umgebaut werden und diese glaubenssätze wo wir immer als kinder eingepflanzt bekommen oder noch als erwachsene du kannst nicht mit dem computer umgehen du kannst nicht mit dem handy umgehen und sonst alles das stimmt alles nicht du brauchst nur die menschen die dir helfen den richtigen weg zu finden und ich habe viele solche menschen auf meiner seite gehabt der dirk eckert ist zu einer der hat mir auch geholfen über manche glaubenssätze hinweg zu kommen und einfach zu marschieren und zu gehen und was mir geholfen hat hat mir gesagt habe ich hat mir jeder gesagt du kannst nicht richtig lesen ist das wichtig ich glaube die meisten können nicht richtig lesen es ist wichtig dass überhaupt liest und jetzt sagt viele zu mir ich habe doch gar keine zeit zum lesen da sage ich dann lese doch jeden tag nur zwei seiten in 100 hagen hast du 200 seiten gelesen und das buch hast du durchgelesen und ich mache das teilweise auch ich lese auch in der früh in drei verschiedenen büchern und mache mir über diese geschichten über diese eine seite mache ich mir gedanken und heute habe ich zum beispiel gelesen der henry ford hat zum beispiel jedem gesagt wenn du das raus findest dass wir in einem auto eine schraube weglassen können bekommst du 25.000 dollar lassen wir so stehen und deswegen ist es so wichtig zu lesen und wenn nur eine seite ist jeden tag lasst die glaubenssätze laufen wenn dir einer sagt du kannst nicht schwimmen dann geh zu jemand der dir hilft schwimmen zu lernen wenn du nicht sprechen kannst richtig dann geh zu jemand und lass dir helfen es gibt so viele tolle trainer die dir helfen können was zu verstehen und so habe ich auch ganz viele leute um mich herum berater trainer die mir weiterhelfen das richtige zu machen und das was ich machen will da auch anzukommen daran zu glauben dass ich jetzt bin ich behindert ich gehe lang zeitlang bin ich bis zum 52 lebensjahr ohne krücken gegangen man hat gesehen ich bin geh behindert dann habe ich eine op im spinalkanal dann bin ich noch ein halbes jahr mit krücken gegangen dann habe bin ich wieder ohne krücken gegangen so ein jahr und irgendwann habe ich mich an diese krücken gewöhnt und es war ja so dass wir jetzt irgendwann wieder die hände ein bisschen eingeschlafen sind und die motorik schlecht geworden ist und dann bin ich habe ich angefangen hat mir jemand gesagt hey du kriegst druckstellen in den händen geh mit wanderstöcke das mache ich jetzt ich gehe jetzt mit wander mit walkingstöcke es geht auch einfach geht schwieriger aber es geht ich habe und ich habe herausgefunden dass ich nur den seitlichen halt brauche ich brauche keine abstützung und mein größter wunsch ist noch mit meiner gundi ohne diese blöden stöcke auf dem jakobsweg zu gehen und daran glaube ich und daran arbeite ich und das werde ich auch nur meinem leben machen ich gehe auf dem jakobsweg und ich muss nicht den in 14 tagen durchlaufen ich kann auch vier wochen brauchen oder ich mache eine woche laufe eine woche komme ja später wieder eine woche nur ein unterschied muss ich euch sagen ich fange in spanien an ich fange nicht in frankreich an jedes mal wenn ich nach frankreich in urlaub gegangen bin das erste mal hatte ich mit dem spinalkanal probleme musste ich den urlaub komplett absagen in den pyrenäen beim zweiten mal wo ich in frankreich im urlaub war hatte ich eine thrombose und ihr seht das ist nur ein glaubenssatz beim dritten mal muss nicht sein wir haben alle nur glaubenssätze und ich wünsche euch denkt mal über eure glaubenssätze nach und wenn euch das video gefallen hat dann schaut das nächste an euer walter stuber tollen tag tollen tamstag oder ein anderer tag wieder schaden das war mutig anders unterwegs mein verrücktes handwerkerleben praxistipps von und mit walter stuber mehr über den gerüstbauer und sein unternehmen erfahren sie auf www.walter-stuber.de leise de